Und damit herzlich willkommen zur zweiten Mission, zweiten Einsatz, Normans Enthauptung. Und zwar, ihr stottet das Gebiet, ihr stottet die Mission, geht hier nach unten, ihr seht hier diese große Treppe. Auf jeden Fall müsst ihr nach rechts da hineingehen. Und da hinein gehen wir ganz nach oben und ziemlich genau da oben hin. Da liegt das erste Collectible von der zweiten Einsatzmission. So, gerade durch. Denk dran, die Kisten immer zu stürmen. So, hier oben angekommen. Linke Seite, Collectible 1. Und nun zum zweiten Collectible. Nachdem ihr die Brücke gesprengt habt und der Schwamm hier ran vor euch weggegangen ist, müsst ihr hier entlang und da reinlaufen. Und da drin befindet sich dann auch schon der Data Block. Das Sammlerobjekt der Data Block. Rechts rum. Normalerweise sind hier Gegner. Das ist klar. Und hier wieder rechts. Und tadaa, Nummer 2. Und somit haben wir Mission 2 namens Enthauptung auch geschafft. Also Einsatz Nummer 2. Die Kurvenmission. Das sind die beiden. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Danke fürs Zusehen. Lass gerne ein Abonnenten. Nichts zu verpassen. Hau rein. Ciao, ciao.